Liebe Besucherinnen und Besucher, es ist wirklich schade, dass wir Sie nicht in der Hochschule treffen können. Kunst und Theater werden erst durch persönliche Begegnungen lebendig. Ich freue mich, dass Sie uns auf diesem Wege trotzdem besuchen und ich hoffe, dass wir am 13. Januar uns in den vielen digitalen Angeboten persönlich sprechen können. Ich bin Maren Greinke, Professorin der Szenischen Malerei für Theater und Film und Dekanin der Fakultät 2.